Rekrutiere einen Artilleriespezialisten und einen Versorgungsspezialisten. Also um die Aufgabe abzuschließen, müsst ihr zwei Spezialisten rekrutieren. Ich habe euch am Ende vom Video eine Karte eingefügt mit beiden Artilleriespezialisten und beiden Versorgungsspezialisten. Die Artilleriespezialisten sind die mit roter Umrandung und die Versorgungsspezialisten mit lilaner Umrandung. Sammle Goldbahnen aus Tresoren oder Kassen, also geht am besten hier ins Menü nach unten. Unter dem Reiter von Epic wählt ihr hier Gruppenkeile aus, startet dann das Match Gruppenkeile. In Gruppenkeile habt ihr den Vorteil, dass ihr da die ganzen Kassen findet, denn in Gruppenkeile spawnen immer die ganzen Kassen. Geht dann zum Beispiel nach Reckless Railways hin, öffnet insgesamt vier Kassen, denn für die Aufgabe müsst ihr 100 Goldbahnen aus Kassen oder Safe sammeln. Das wären also genau vier Kassen. Öffnet die vier Kassen und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Betritt Bunker in verschiedenen Matchs, also wartet ab, bis die dritte Sturmphase beginnt. Ab der dritten Sturmphase werden euch die Bunker auf der Karte angezeigt. Setzt euch dort eine Markierung, geht dann zum Bunker hin. Insgesamt müsst ihr für die Aufgabe in drei verschiedenen Matchs einen Bunker besuchen. Also, betretet einfach den Bunker, wiederholt das Ganze in drei Matchs und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Füge Spielern Schaden mit der Vorbotenmaschinenpistole zu. Also insgesamt müsst ihr 300 Schaden mit der Vorbotenmaschinenpistole zufügen. Ihr könnt die Vorbotenmaschinenpistole als Flurloot finden, in Kisten, aber ihr könnt sie auch bei drei NPCs kaufen. Ich blende euch hier eine Karte ein mit den drei NPCs, wo ihr die Vorbotenmaschinenpistole kaufen könnt. Sobald ihr eine Vorbotenmaschinenpistole habt, sucht euch einen Gegner, verursacht 300 Schaden und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Erhalte Schilde innerhalb 30 Sekunden, nachdem du einen Spieler eliminiert hast, also besorgt euch Schilddränke. Sucht danach Gegner, eliminiert einen Gegner, benutzt dann direkt die Schilddränke, um euer Schild wiederherzustellen und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Lebe länger als die anderen Spieler, während du einen Aspekt der Götter hast. Also der Aspekt der Götter wäre die Medaille, die ihr erhaltet, wenn ihr einen Gott eliminiert. Insgesamt gibt es vier Götter auf der Karte, zum Beispiel an dieser Stelle. Geht hier zu der Statue hin, fordert den Gott heraus, indem ihr hier mit der Statue interagiert. Danach spawnen Wachen, ihr müsst zuerst die Wachen eliminieren, später spawnt dann der Gott. Dann müsst ihr den Gott eliminieren, sobald ihr den Gott eliminiert habt, könnt ihr hier diese Medaille einsammeln, das wäre der Aspekt der Götter. Jetzt müsst ihr noch 50 Spieler überleben, dann habt ihr die Aufgabe abgeschlossen. Was ist ein Schilddrück? Untertitelung des ZDF, 2020